worüber Sie berichten werden in Ihren Formaten bzw. was Sie gerade lernen, auch direkt vor Ort zu erleben. Wir haben dann auch, was wir noch dazu gewonnen haben, unterhalb dieses Saales, nämlich, wenn Sie sich erinnern oder vielleicht unten in der Dokumentation im Besucherzentrum, dann kann man sich auch anschauen, dieser Saal war angelegt wie ein Amphite-Ampfer. Von Grundorf, auch als unser Fernhaus war, damals durch die Architekten von Kletterer übernommen. Es ging hier steinabwärts. Na, das entspricht keinem Gesetz von heute mehr. Also mit Rollstuhl gab es temporäre Lösungen. Es gab hier eine Rampe, es war hier ein Lift eingebaut worden. Jetzt ist der Boden abgeflacht worden. Sie sehen, man kann auch sagen, gehoben worden, die Decke. Denn unterhalb dieses Raumes wurde dadurch, durch diesen Eingriff, ein weiterer Raum letztlich ausgebaut. Wo früher Verrohrung war für die Luftumwälzung, diese Mitglieder konnte man jetzt nutzen. Das heißt, es sind keine Rohre mehr, sondern es gibt den Freiraum für ein Ausschusslokal, der sogenannte Bermin-Schlesinger-Raum, der jetzt der Untersuchungsausschuss ist. Oder für den Untersuchungsausschuss als Raum letztlich verwendet wird. Ja, und so geht es weiter durchs Haus. Jeder kleine Quadratzentimeter, der nutzbar war, wurde ausgebaut. Sie sehen ja auch hier auf dieser Ebene, wir sind an der Belletage, hat man hier nach Kirchen geöffnet, um noch mehr Tageslicht einbinden zu können. Wir kriegen Tageslichter durch das Dach, das ist übrigens auch ein Symbol für Transparenz darstellt, beziehungsweise hier von rückwärts über den Balkon zum Schwerdenplatz und zum Oberpark hin. Dort haben sich früher Gänge befunden, kleine Räumlichkeiten. Es wurden zeitlich aber wieder bestrechungsräume eingerichtet, anders als vorher. Und man hat dadurch auch hier wieder zugewonnen. Man kann aber, und das war eine Aufgabe, das ist auch der gesamte Respekt des 60er-Jahres-Sahls-Erhalt- und Zweifler, kann hier durch eine Schiebeführung, wo auch die Holzpaneele wieder sich befinden, wie sie sich vorher befunden haben, kann man das Ganze wieder abschließen und somit auch dem gerecht werden. Durch viele, viele neuartige Ideen hat dieses Haus dazugewonnen. Es ist offener geworden, auch für sie mehr geöffnet. Wenn sie in die Agora gelangen, werden sie auch dort den Eingriff sehen. Man hat nichts zerstört, man hat nur die Räumlichkeiten, die früher als Lager genutzt wurden und abgetrennt waren, zwischen Waschraum und Bewegungsraum, beziehungsweise Lagerraum für Techniker, Lager für Papier und so weiter. Das alles, diese Zwischenwände hat man rausgenommen und es ist ein riesiger Besucherraum entstanden, die sogenannte Agora, die mit vielen Informationen zum Parlamentarismus gestrickt ist und zum Heute. Nun wieder zur Bestuhlung vielleicht noch etwas, Sie sehen hier natürlich neuwertige Sitze, auch auf die Nonikur, das ist eine Entwicklung der Firma Kakscha für das Parlament, für die Sitzungen. Dann kann man Dokumente einspielen, die für die nächste Tagesordnung, die nächsten Tagesordnungspunkte, letztlich für die Debatte von Nutzen sind und das finden Sie dann auch im Bundesratssaal als Erneuerung. Die Sitze sind jetzt so angerichtet nach Fraktionen, wie sie mit dem 29. September 2019 letztlich durch ihre Wahl, es ist ja eine Volkswahl der Nationalrat, festgelegt wurde. Es sind fünf Parteien in den Nationalrat gelangt, davon haben sie hier eben die stimmenstärkste Partei, an der rechten Seite die österreichische Volkspartei, mit hellblau gekennzeichnet, dann geht es hier weiter in der Mitte, auch mit blau, die freiheitliche Partei mit 30 Mitglieder, Volkspartei 71, dann geht es weiter mit dem neuen österreichischen Neos, hier andersfarbig gekennzeichnet, wie Sie sehen, mit 15 Sitzen, es gibt weiter 26 Grünen und 40 hier an dieser Seite rot gekennzeichnet, die sozialdemokratische Partei bzw. Fraktion bzw. bei uns Club, denn für die parlamentarische Arbeit gründen die gewählten Kandidaten ganz als abgeordnete Clubs und Sie sehen dann ganz hinten auch ein Platz mit OK, das bedeutet ohne Club. Nun, die Kinder nacken immer bei den Führungen, wenn sie auf der Tabelle OK sind, ja, es ist OK, auch ohne Club zu sein. Und hier vorne hingegen, wenn ich jetzt mit dem Sitzen weitergehe, haben wir die Plätze für die Regierung. Sie sehen auch das selbe Ebene mit dem Rednerpult, wenn eine Debatte stattfindet, dann schreien die Abgeordneten zum Rednerpult und sprechen zum jeweiligen Tagesordnungspunkt. Und die Regierung ist hier ja zu Gast, gehört zur ausführenden Gewalt, Exekutive und die nehmen dann hier gegenüber der Abgeordneten Platz. Manches Mal gibt es auch zu Beginn einer Sitzung eine Aktuellestunde bzw. eine EU-Stunde. Vielleicht haben Sie das auch schon mit angesehen im Fernsehen oder auf unserem Streaming bzw. gibt es auch Plätze für die Mitarbeiter der Clubs hier rechts und links. Und eine Reihe rechts von mir, für Ihnen natürlich gesehen links, ist hier reserviert für Abgeordnete aus dem EU-Parlament. Wenn jedes und EU-Parlament passen, dann haben Sie auch die Möglichkeit, hier Worte zu ergreifen und dabei zu sein. Das war dann eine Veränderung in der Geschäftsordnung. Was ist die Geschäftsordnung? Die Geschäftsordnung sind die genauen Regeln, wie eine Sitzung abwacht erhalten wird, was man zu respektieren hat bei den Wortteilungen und generell, wie das Plenum vonstatten geht. Hinter mir ist noch das Präsidium. Sie sehen hier auch die drei Präsidenten angeführt, also zwei Präsidenten, eine Präsidentin. Die werden gewählt aus der Gruppe der Abgeordneten bei der ersten Sitzung nach einer Wahl. Das heißt, bei der konstituierenden Sitzung nach der Angelohnung aller Abgeordneten wird dann das Präsidium gewählt. Es ist die geheime Wahl und da ist bei der letzten Wahl eben Doris Bures als zweite Präsidentin genannt. Hier erster Präsident Wolfgang Sobotka, dritter Präsident Robert Hofer. Sie leiten die Sitzungen und wechseln sich zwei Stunden hessisch ab. Das heißt, alle zwei Stunden, wenn Sie bei einer Sitzung mit dabei sind, herzlich willkommen. Aber Sie werden sehen, dass immer wieder der andere am Präsidium sind. Also in zwei Stunden dann natürlich. Sei es sehr krank oder politisch unterwegs. Wie kann man sowas abnehmen, wie kann man sowas restaurieren und in eine Werkstätte bringen. Also bei den Fenstern, auch wenn sie groß sind, ist es kaum möglich, da raus zu gehen. Es war hier während der Baustelle eine Zeit lang die gesamte Flügel von oben bis nach unten völlig entkernt. Das heißt, völlig offen. Und das war auch die Möglichkeit, vieles über das Dach auszubringen. Und wäre vielleicht ab 2018 im März war ja der Bauzaun hier um das Haus aufgerichtet worden. Vier Kräne, also um einzubringen, auszubringen, abzufragen, wieder aufzusetzen. Ja, alles wurde über das Dach ausgepackt und so auch unser Symbol, der Adler. Er wurde nach Oberösterreich transportiert. Dort wurde er restauriert und dann, wie es noch möglich war, eingebracht, geschützt, gelagert. Weil da war ja immer viel Staub, können Sie sich vorstellen. Hätte man eben nochmal müssen abstauen. Nein, er war geschützt, gelagert und dann, als man die Holzpanee, die ja auch alle ausgebaut wurden, wurden allerdings nicht ausgepackt, also nicht wegtransportiert. Wir haben hier Werkstätten auch hier im Haus selbst, sogenannte Feldwerkstätten errichtet. Ja, als das dann hier an der Frontbahn alles schon bereit war, wurde er wieder hier aufgehängt. Ja, als das.